Schönen guten Tag liebe Zuschauer und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Wir wollen jetzt natürlich weiterhin das Thema Fintech etwas genauer unter die Lupe nehmen. Was genau dahinter steckt und wie Sie davon profitieren können, das erfahren wir jetzt von Kai Panitzky von der FinLab AG. Schönen guten Tag Herr Panitzky. Schönen guten Tag. Das Thema Fintech an sich hört man momentan an ganz vielen Ecken und Enden und wenn man fragt, was steckt denn überhaupt dahinter, dann bekommt man erstmal diese Antwort, naja Fintech bedeutet eben einfach moderne Technologien im Finanzbereich. Das kann ja sehr viel bedeuten. Für was steht Fintech denn bei Ihnen? Für uns sind Fintech moderne Technologien beziehungsweise Fintech ist der Weg der Bankprodukte, des Vertriebs, des Backends, des Bankgeschäfts in die Digitalisierung ins Internet. Das Tolle bei Fintech ist, dass sich die Zeiten verändert haben und dass sich durch das Internet jetzt wirklich ganz andere Köpfe auch mit dem Thema Banken, Bankdienstleistung, Bankprodukte, Vertrieb von Bankprodukten beschäftigen. Das heißt, es kommen jetzt auch wirklich die ganz neuen Startups, junge Unternehmen, die sich vielleicht vor ein paar Jahren noch Gedanken gemacht haben um E-Commerce, Social Media und Co. Und diese Köpfe, kreative, schlaue Köpfe beschäftigen sich mit Bankprodukten. Banken haben ja mittlerweile auch so ein bisschen dieses verstaubte Image mit dabei anhaften. Ist es denn überhaupt notwendig, dass der ganze Finanzbereich revolutioniert werden muss oder sollte? Es ist notwendig, ja, weil eins darf man bei Fintech nicht aus den Augen lassen. Es ist kein Selbstzweck, sondern es ist wie bei vielen Entwicklungen im Internet, im Mittelpunkt steht der Kundennutzen und zwar der brutalst oder bestmögliche Kundennutzen. Es wird alles optimiert auf Transparenz, auf schnelle Wege, auf ganz neue Vertriebsmöglichkeiten. Und deshalb ist es eine Riesenchance und ganz besonders eine Riesenchance für den Kunden in dieser Bewegung auch wirklich mit ganz neuen Produkten und neuen Möglichkeiten Produkte zu beziehen, konfrontiert zu werden und wirklich einen echten Vorteil dadurch zu bekommen. Sie sprachen jetzt von einer ganz großen Chance, aber natürlich ist da auch ein bisschen die Barriere oder die Hemmung da, wenn man Geld eben online investieren soll, sprich Datensicherheit, auch wenn da viele vielleicht etwas, naja, flap, sich lapidar mit umgehen, wenn man sich gerade eben auch Social Media anschaut. Aber dieses Risiko, würden Sie sagen, dass diese Angst gerechtfertigt ist, dass Leute davon noch zurückschrecken? Nein, oder nur bedingt. Man muss einfach sehen, wir sind ja, was die Bankprodukte angeht, in einem regulierten Markt. Das heißt, auch die Fintech-Startups arbeiten mit Banken zusammen oder brauchen bankvergleichbare Strukturen, die genehmigt werden müssen, die zugelassen werden müssen. Das heißt, der Sicherheitsfaktor ist genauso gegeben, wie es beim klassischen Online-Banking auch schon der Fall ist. Es ist nicht so, dass man einfach von heute auf morgen ein Fintech-Startup gründet und Finanzprodukte verkaufen kann, sondern man unterliegt hier einer sehr strengen Regulierung und muss auch wirklich sehr gut mit den Banken oder Bankstrukturen im Backend zusammenarbeiten, um diese Produkte überhaupt anbieten zu dürfen. Jetzt haben wir ja gerade auch in allen Zeiten immer gesehen, Stillstand gibt es nicht. Vor zehn Jahren gab es dann den großen Boom. Jeder hat Webseiten gebaut. Vor fünf Jahren hat jeder Apps gebaut. Jetzt sagt man, Fintech, du hast noch nichts von Fintech gehört. Was ist denn da schiefgelaufen? Ist es jetzt auch so eine Art Boom-Hype-Modeerscheinung oder tatsächlich eine nachhaltige Entwicklung? Es ist eine nachhaltige Entwicklung, weil wirklich ganz grundsätzlich Trends, die vielleicht in anderen Bereichen schon vorher digital stattgefunden haben, wie E-Commerce, wie Social Media, wie Medien allgemein. Und diese Entwicklung ist jetzt auch im Finanzbereich angekommen. Das heißt, sie wird ganz nachhaltig auch wirklich die ganzen Finanzstrukturen, die es heute gibt, verändern. Sie sprachen gerade eben auch an, dass Banken natürlich gewisse Regularien erfüllen müssen, diesbezüglich dann auch Lizenzen bekommen. Gibt es da einen Nachholbedarf bei Fintech-Unternehmen? Die Fintech-Unternehmen müssen eng mit den Banken zusammenarbeiten. Das ist ganz klar. Ich glaube, es verändert sich so ein bisschen die Rolle der einzelnen Unternehmen. Das Unternehmen, das Fintech-Unternehmen, konzentriert sich heute oft auch auf Frontend und Usability-Angebote. Im Backend wird dann aber sehr wohl wieder die Bank benötigt, um halt auch wirklich die gesicherte Struktur nach hinten raus anbieten zu können. Für die Banken wiederum bedeutet das vielleicht ein Stück weit auch die Rolle zu verändern und sich mehr als Gatekeeper zu sehen, wo man sagt, gegebenenfalls haben wir den Kunden schon aus der Vergangenheit heraus, aber im konkreten Produktverkauf oder im konkreten in der Produktanwendung arbeiten dann auch die Banken mit Fintechs zusammen. Heißt dann einfach übersetzt, dass die Banken nicht von der Bildfläche verschwinden werden, sondern dass sie jetzt eher in Zukunft sehen, dass Fintech-Unternehmen mit den Banken zusammenarbeiten und dabei auch kooperieren. Gibt es da so ein bisschen auch Hindernisse, gerade bei Banken, dass man da vielleicht sagt, naja, ist das jetzt der große Boom oder vertrauen unsere Anleger tatsächlich doch lieber auch unseren Beratern? Ich glaube, die Banken verstehen, dass sie da offen mit umgehen müssen und sehen das auch als Chance, wobei es natürlich auch für die Banken oder wichtiger vielleicht für Geschäftsbereiche der Banken Gefahr ist, weil ich ganz sicher bin, dass manche Geschäftsbereiche in Zukunft nicht mehr bei den Banken stattfinden werden. Dann kommen wir mal auf die Finlab AG zu sprechen. Fintech, riesenbreites Spektrum. Die Finlab AG spielt welche Rolle darin? Die Finlab AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Wir sind ein Investor. Das heißt, wir beteiligen uns an aussichtsreichen Start-ups oder Unternehmen, die in der Fintech-Bewegung aktiv sind. Was sind denn beispielsweise oder wie erfüllt man die Kriterien, ein aussichtsreiches Start-up zu werden oder dahin zu kommen? Wonach wählen Sie aus? Für uns ist ganz entscheidend, dass die Idee und der Ansatz des Start-ups wirklich eine disruptive Chance hat, zu sagen, es werden gesamte Prozesse auf eine neue Struktur gestellt, von wo aus dann der Kunde eine Verbesserung spürt, aber vielleicht auch in der ganzen Abwicklung in dem gesamten Prozess für den Kunden eine enorme Erleichterung eintritt. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt ein super Brain wäre und habe jetzt eine Spitzenidee, was ein Start-up-Unternehmen im Bereich Fintech angeht? Dann komme ich zu Ihnen und wie geht es dann weiter? Genau, im Idealfall hat man natürlich schon mehr als eine Idee. Das heißt, wenn man einen Investor sucht, hat man schon einen Businessplan entwickelt, hat schon eine konkretere Idee, wo man mit dem Produkt hin möchte. Und dann sind wir als FinLab tatsächlich auch sehr frühphasig ein guter Ansprechpartner, weil wir ein Stück weit auch eine Inkubatorenrolle mit übernehmen. Das heißt, wir beraten auch bei Fragen der Produktgestaltung, beim technischen Setup, bei der Kommunikation, muss man auch ganz klar sehen, im Fintech-Bereich ist es ganz wichtig, wie die Produkte und wie die Ansätze überhaupt im Markt kommuniziert werden. Das heißt ja, dann möglichst früh ins Sparring gehen, wenn man eine gute Idee hat, um zu überprüfen, wie ist es überhaupt umsetzbar. Wenn ich jetzt als Kunde sage, naja gut, ich probiere das mal aus mit dem Fintech, kann man da so ein bisschen auch Vertrauen darauf, dass Sie sagen, wenn Sie als Investor hier auftreten, dass da was dahinter steckt? Also welche Sicherheit bekomme ich überhaupt dadurch, wenn ich beispielsweise ein Startup-Unternehmen sehe, mich darauf einlasse, wo die FinLab AG beteiligt ist? Absolut wird man, wenn man im Endkundenbereich dann mit den Startups konfrontiert wird, eine gewisse Sicherheit haben, weil dann in der Regel tatsächlich auch schon die Regulierung oder der Regulierungspartner gewonnen wurde. Das heißt, es wurden auch schon Gespräche mit der BaFin oder anderen Behörden geführt. Das heißt, die Produkte, die in Deutschland wirklich mit Finanzprodukten oder die Unternehmen, die mit Finanzprodukten an den Markt gehen, bieten dann schon eine relativ hohe Sicherheit. Herr Panitzki, jetzt kommen Sie nicht drum herum. Wir wollen jetzt ein bisschen mal tiefer in die Glaskugel schauen. Gibt es denn ein oder zwei Unternehmen, wo Sie sagen, das hört sich unglaublich vielversprechend an und da wird man tatsächlich in der Zukunft noch von hören, wo Sie eben auch mit die Finger im Spiel haben? Ganz spannend, ganz klar. Für uns ein Unternehmen, das wir auch finanzieren, ist die Next Markets GmbH. Next Markets revolutioniert in gewisser Weise das Trading, weil sie eine ganz neue Form des Börsenhandels entwickeln und so ein bisschen unter dem Stichwort Curated Trading, das gelernte Prinzip von Coaches, die man generell in jedem Bereich des Lebens ja heute schon buchen kann oder in Anspruch nehmen kann, auf das Trading überträgt. Das heißt, bei Next Markets habe ich auf einer ganz neuen Plattform die Möglichkeit, mit Trading Coaches durch den Börsenalltag zu gehen, a. viel zu lernen und b. hoffentlich auch effizienter und erfolgreicher zu traden. Das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt nur was für die absoluten Experten, die sowieso schon super fit sind, was Trading angeht. Man kann hier durchaus auch als Laie mit einsteigen und von den Coaches profitieren. Oder was muss ich denn überhaupt mitbringen? Absolut. Also das ist gerade bei Next Markets ganz interessant. Wir haben ganz unterschiedliche Coaches. Es gibt Coaches, die sich an den wirklich erfahrenen Profi-Anleger richten. Es gibt aber genauso Coaches, die bei dem Anfänger starten und auch wirklich einen an die Hand nehmen, wie man an der Börse handelt, was man an der Börse handelt und mit möglichst wenig Risiko. Herr Panitzki, dann sage ich vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch von FinLab. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, auch Ihnen hat es gefallen und Sie haben jetzt ein bisschen mehr den Durchblick, was verschiedene Fintech-Unternehmen angeht. Natürlich können Sie sich auch alles nochmal anschauen auf unserer Homepage und natürlich sollten Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann.